Willkommen liebe Freunde zu einer neuen Runde World of Warships. Wir setzen mal wieder Segel. Alle Mann auf Gefächtstation. Alle Mann auf Gefächtstation. Er hat mir ein neues deutsches Schiff gekauft. Ein deutsches Schlachtschiff. Gut, man muss dazu sagen, Seeschlacht war jetzt nie so von uns Deutschen unsere Stärke. Da hatten wir andere Favoriten. Aber egal, wir schauen heute mal, was geht, ne? Ich hoffe auch eine schöne Reichweite. Ah, das ist jetzt alles hinter mir. Ich glaube nicht, dass wir die erreichen. Okay, wir müssen schneller fahren, um da mal mit hinzukommen, dran zu kommen. Okay, die ersten sind schon versenkt, der Gegner. Da verholen die sich jetzt auch mit das Erste von uns. Au, das war schön. Ich habe einen Plan. Hoffentlich kriege ich die Batterie gedreht. Ah, das war versenmelt. Naja, vielleicht auch noch nicht komplett. Ich habe einen Schlachtschiff entdeckt. Torpedus auf Steuerbord. Ah, da bist du. Ich habe einen Schlachtschiff entdeckt. Noch einen schönen Treffer. Versenkt ihn. Ich habe einen Schlachtschiff entdeckt. Sehr schön, schöner Treffer. Oh, Schöner Treffer. Oh, direkt das Ding außer Gefecht gesetzt. Sehr gut. Läuft gut für uns. Tatsächlich. Ich hätte gerne, dass irgendwie jetzt nochmal so ein Teil kaputt geht bei denen. Na siehste, Feuer nehme ich auch gern. Ne, die brauchen keine Hilfe da hinten. Wir können hier in Ruhe das Ding zerbomben. Den vorderen, den können wir uns jetzt auch mal. Oh, wir liegen in Ruhe. Fangen wir mit dem Hinteren an. Das ist schneller down. Ja, die werden uns nicht erreichen. Die verhungern unterwegs. Mal sehen, wir haben Reparatur-Kids. Sag ich doch, der Phone war unterwegs. Schauen wir mal, dass wir das mal gedreht bekommen. Dass wir wieder mehr Batterien haben. Äh. Yes. Nächsten Aushälter. Komm, 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 komm. Einer noch. Einer noch. Die gehen noch durch. Sehr gut. Jetzt muss das Schiff dran glauben. Yes! Erstmal volle Kraft. Weil da ist noch ein Schiff in der Mitte, was weg muss. Aber das ist leider gerade durch die Steinwand hier ziemlich verdeckt. Unser Mate braucht Hilfe. Hallöchen! Komm mal her, mein Freund. Oh, yeah. Komm her, mein Freund. Jetzt wirst du kalt gemacht. Feuer! Okay, machen wir es anders. Weg vom Berg. Nehmen wir nur die fünf seitlichen hier. Wenn die wieder ready sind. So wird's gemacht. Ah, schade. Eine Batterie fehlt drauf. Sehr schön. Und Feuer. Sehr gut. noch lohnt sich das Reparieren nicht wirklich. Ja, aktuell noch so ein bisschen verschwendet. Das war's mit dem ganzen Feuer. Das war's. Und ich habe noch eine Batterie. Moment. Das kriegen wir hin. Kommt, versenkt es. Das Ding geht doch quasi schon am Rost. Feuer. Ja. Irgendwann ist auch mal gut. Wir haben einen gegnerischen Kreuzer versenkt. Was weg da manövrieren. Schön weg manövrieren. Oh, wir haben hier ein Problem. Äh, ja, okay. Das kriegen wir auch hin. Hat der Torpedo gerade so eine Kurve gemacht? Oder habe ich mir das jetzt eingebildet? Komm. Alle Batterien auf Gefechtsstation. Komm schon. Feuer. Sauber. Noch ein Treffer und das Ding ist down. Bremsen, Bremsen, Bremsen. Shit. Gib mir doch mal den Energieschub. Ich habe einen anderen Plan noch. Ja, lass den hier zuerst versenken. Den hier vorne. Ich habe halt den Vorteil, ich bin doch ein Schlachtschiff. Komplett heil. Wobei, warte, warte, warte. Noch nicht. Wir machen das jetzt nacheinander. Wir splitten. Wir. 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 Team verlässt sich auf sie. War irgendwie klar, dass sowas kommt. Gut. Dann wollen wir mal sorgen, dass unser Team nicht enttäuscht wird, ne? Feueralarm. Alles unter Kontrolle. Zwei Schlachtschiffe, aber die stark geschwächt sind. Das ist eigentlich machbar. Feuer, sehr gut. Das ist jetzt ein Problem, dass ich das Feuer nicht löschen kann. Shit. Ich kriege das Ding nicht in Schussposition. Das ist gerade mein neues Problem. Fährt so eine Kreisbewegung, das ist schlecht. Wasch. Komm schon. Nicht durchgeschlagen. Was ne Scheiße. Was fängt das an? Eigene Basis war der Ober. Ach Mann, jetzt verliere ich das Ding, weil die nicht durchschlagen. Problem gelöst. Warte mal. Dreh dich in die andere Richtung. Zwei nur Durchschlagen. Ey, das ist doch Verarsche. Das Spiel will doch gerade, dass ich verliere. Ey, was für ne Scheiße. Und die haben gerade unsere Basis, ja. Ach, ey, das kann nicht sein. So, eigene Basis verteidigt, das ist gut. Warum ist das Schiff so schnell von dem? Finally! Boah! Ah! Boah! So, jetzt hinterm Berg aufladen. Aufladen, aufladen, aufladen. Den holen wir uns jetzt auch noch. Sehr gut. Das war dieser Hardcore von denen. Wollen wir uns jetzt den letzten... So. Alles auf Feuerposition. Wo bist du? Fünf Minuten. Ich weiß, dass ich das Vieh zerstören kann. Gefecht endet in fünf Minuten. Sehr schön. Danke für die Info. Entdeckt. Sehr gut. Alle Kanonen... ...auf ihn richten. Das war die Flugabwehr. Sehr gut. Irgendwie schießt der gar nicht. Das ist gut für uns. Oh, das nehme ich zurück. Komm schon. Jetzt hier nicht auf die letzten Minuten noch verlieren. Ja. Komm, jetzt nochmal volles Rohr. Meine ganze Hoffnung in diesen einen Schuss. Und die Hälfte schlägt nicht durch. Ich werde verrückt. Torpedos after aus. Wieso hat das Vieh Torpedos? Ja, das war's, ey. Wieso hat das Vieh Torpedos? So, jetzt reicht's. Das muss doch jetzt mal zu zerstören sein. Komm schon. Brenn ab. Brenn ab. Bitte. Gegnerische Schlachtschiff versenkt. Yes. Sehr schön. Oh mein Gott, war das eng. War das eng. So viele, die einfach nicht reingegangen sind, ist das nervig. Gut. Ein bisschen Aufregung war dabei. Wir haben's doch irgendwie geschafft. Solo Survivor. Wir haben den Sieg geholt. Das Team hat sich auf mich verlassen und wir haben's nicht enttäuscht. Gut. Das war's für heute. Es hat mächtig Spaß gemacht, auch wenn man's mir vielleicht nicht immer angesehen hat. Es war viel dabei, viel Gebet, viel Anspannung, viel Hoffen, viele gute Treffer, aber wir haben's geschafft. Das war's für heute. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.